Willkommen beim Germanistikum, mein Name ist Jan Philipp und wir schauen uns heute wieder Verben mit Präpositionen an. Wenn dir mein Video gefällt, dann abonniere meinen Kanal, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere auch die Glocke. Schau doch auch einfach mal auf meine Internetseite www.germanistikum.com. Das Verb, was wir uns heute anschauen, lautet Siegen über plus Akkusativ. Das erste Beispiel. Der großartige 1. FC Köln siegt über Bayern München. Unser Verb ist Siegen, die Präposition ist über und über wen siegt der großartige 1. FC Köln über Bayern München? Bayern München steht im Akkusativ. Was bedeutet Siegen über Bayern München? Das bedeutet Köln gewinnt beim Fußballspielen gegen Bayern München. Das zweite Beispiel. Galina und Olga siegen über die C1 Prüfung. Unser Verb ist Siegen, die Präposition ist über und über wen oder was siegen Galina und Olga sie siegen über die C1 Prüfung. Die C1 Prüfung steht im Akkusativ. Das bedeutet so viel wie Galina und Olga haben die C1 Prüfung bestanden. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was Siegen über plus Akkusativ bedeutet und bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit.